Musik Hallöchen Leute, da bin ich wieder, Conny von Panico, Zenturo mit einem neuen Game von, äh, äh, also von einem neuen Display von einem neuen Game, sagen wir mal so. Ähm, wie man hier vielleicht schon sieht, der ein oder andere könnte das vielleicht, ähm, schon mal gesehen haben. Ähm, wir sind in einem relativ alten Game, ich weiß gar nicht, von wann das ist, ist eine HD-Version, aber schon. Ich spiele nicht allein das, ein Let's Play Together, und zwar spiele ich mit dem netten Afro in rosa-pink, salty cheese, äh, Sarkese, und, ähm, ja, wir machen ein Let's Play Together. Also ich mache auf jeden Fall das Let's Play davon, ich weiß nicht, ob ihr auch das aufnimmt. Und, äh, zu kurzen Erklärungen, wir spielen, für die es nicht wissen, Serious Sam, The First Encounter in HD. Und, äh, mal gucken, wie lange der Käse durchhält, wenn er lange durchhält, werden wir dann noch The Second Encounter spielen. Serious Sam 2 und Serious Sam 3 BFE, falls er dies dann sich noch zulegen sollte. Oh, ah, da kommt so schnell einer raus. Oh, weiter. Okay. Also, äh, kurze Erklärung zu den Einstellungen. Ähm, wir spielen... ...auf... Also Gegnerstärke habe ich jetzt mal 0% gelassen, vorerst. Mal zu mal gucken. Oh, aber wir haben mehr Gegner. Oh, Doppelkoll! Oh! Äh, Käse, du bist ganz schön fett. Und da wollen wir mal kicken. Wart mal so alles hinbekommen. Wenn ich die einsammle, hast du die denn immer noch? Ah, gut. Das ist halt jeder für sich selbst. Das ist gut. Wart mal grad kurz. Und unser HP-Pack. Wart mal grad kurz. Ganz kurz warten. Joa, mach nur. Ich mein, du kannst doch das Spiel pausieren. Das habe ich dir auch eingestellt. Naja, warte kurz, warte kurz, warte kurz. Was ist das denn für einen Scheißhaufen? So, also schwimmen können wir mal. Was ist ein FC? Ist das unser Punkt, oder was? Ja. Boah, der Käse hat ein ziemlich unterschiedlicher Ping. Von 30 bis 80. Ich bin der Horst. Ich hab vier Nachrichten. Geiler Scheiß. Ich müsste mir auch mein Logo auf Steam zulegen. Also ein Bildchen reinmache. Na, ich mein, das kann ich nicht mehr. So, weiter geht's. Oder Hände ist... Mäßnis Grün ist das auch HP. Wahrscheinlich, weil ich nicht einsammeln kann. Jo, also, wo, wollen wir mal kriegen. Warum kann ich das dann mit einsammeln, da mit einem Wasser da? Weil du Full-HP bist? Achso, ist das Cap-Bonus-Life oder so, wie bei Doom? Es gibt Bonus-Life, aber... Was, nur für 50 Papel. Keine Ahnung. Okay, so mit welchem... Hier ist eine dicke Armor. Oh, oh. Okay. Einläubig Schrotflin, wie kann man denn Waffen wechseln? Über das Mausrad? Geht das auch? Jo. Oder über Zahlen. Ja, Messer. Ah, Messer! Messer gibt's auch. Messer. Marissa, welche Waffe hast du immer? Ich glaub, so Uzi oder sowas, ne? Oh, das ist mir vorbei. Wir haben keine Secrets eingesammelt. Wir sollten vielleicht schauen, dass wir alles Secrets bekommen, oder? Was sind denn Secrets? Der war mit Sicherheit das Secret im Wasser. Oder ganz ab Anfang? Ich hab das Wasser ja nicht eingesammelt. Ich hab ja dämt, keine Szenen. Dann hab ich das Wasser eingesammelt. Mube Schuhkäse, bist du schon mal der Glauben? Achso, ne, ich hab noch gar nicht Continue gedrückt. Wo bin ich denn dürfen? Ja, die schreien. Oh oh. 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 Jetzt geht's los. Käse, da kommen Freunde. Ich weiß nicht. Es wär natürlich lustig, wenn wir das mit Fapze spielen würden. Warum? Dann wird der Fapze durch den Zerben. Oder Marissa könnte ich auch mitspielen. Wie ne. Hey, das ist ja lustig. Kannst du so laut schreien, dass es von meinem Mikro aufgenommen wird. Äh, ich bin tot. Du kannst ja auch mal. Wow, den. Ich hab das gesagt, wir sollten T-Mod spielen. Das können wir andere mal überführen. Da liegt... Ähm. Hinter uns. Was? Hinter uns. Da war irgendwas, mein ich hätte ich... Wäre hier gespawnt. Weiß... Nee, glaub ich nicht. Ach, hier ist HP, so ein Dicke. Ist Amor. Oh, da ist Amor. Du hast ja eigentlich nur mit Friendly Fire angemacht. Das hätte ich so oft umgekippt. Alter, das ist ja der Sinn der Sache. Weil du mich eben umgekippt hättest. Ach ja. Ist typisch Käse, ne? Frag dir auch mit Friendly Fire anders. Wow. Hallöchen, junge Dame. Da kommt da noch einer. Da kommt noch einer. Kommt noch einer? Kommt, ja. Wann der hier einfach? Kommt hier rein? Wow. Hm. Huh. Huh. Okay. Ich glaub, hier kommen wir nicht lang. Ja, da kommen wir lang. Ah. Ich wollt schon Rad sprinten, aber sprinten geht. Okay. Käse, ich glaub, du bist tot. Shit. War hier, was? Eine Sekunde, war ich schuldig. Jo, ist was. Anarki. Ist das halb da? Scheißding, Alter. Scheißding. Scheiß. Der Käse wurde leider überrollt. Ich muss mal so mit mir stehen kommen. Jo. Der Käse ist erst mal direkt vom Stein überrollt worden. Wir können ja prinzipiell auch mit Zuschauern spielen, ne? Ich höre irgendwas Böses. Okay. Also den Höraufbau. Ich kenne ja das... Oh, da ist was gutes Käse. Pichu. Geheimes Lager gefunden. Hast du das aufgemacht? Keine Ahnung. Es passiert irgendwas. Okay. Okay, Käse. Ganz viele Pferdchen wieder. Hopp. Der schmeißt die Granate. Auf mich. Au. Au. Pferdchen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay. Alter. Die sich... AHHHHH! Leute, spawnen hinter dir! Alter! Satzakee hat seine Waffe gefunden. Vorherige Waffe. Das ist die Waffe, die du auch mal ganz gern hast. Na? Ich bin's nicht. Er hat jetzt eine Minigun... Nee, Minigun ist es nicht. Paul Hespin discovered. Was? Du hast einen Geheimslog gefunden. Wo? Wo? Ich hab nur hier unten das gesehen. Das ist das Geheimenloch. Oh. Nein. Ich hätte gedacht, dass da was wär. Hallo. Sieg das Achievement oder so. Du mal den Weg, bis in den Buch. Mit Kloten. Junge. Ey, da ist ja noch einer. Sag mal, Käse. Ich wusste gar nicht, was ein Apple von dir hat. Ich bin Apple-Man, ich bin Apple-Man. Das muss mir ja mein Corrector-Model wieder ändern. Okay, da kommt noch sowas ein Berg runter. Egal. Jeden sind Drops. Da kommt mir alles auf, was meine Welt kommt. Du bist wie Marissa. Mit dem Seasonveraktor. Alles mitnehmen, was ich finde. Oh. 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 Da kommt was Böses. Oh Gott. Oh. Voll vorbei. Und gedodged. Easy dodging und so. Und noch mal easy gedodged. Eine, zwei, drei, Meister. Und noch mal easy gedodged. Obwohl die doppelläufige Schwuppe sind, die macht halt mehr Damage, ne? Die ist schon... Oh. Okay. Ich werd grad... ...überrotscht. Oh, na, da haben wir doch unseren ersten großen Gegner. Stein! Stein! Easy dodging. Oh. Irgendjemand schießt mich ab. Na, das ist wahrscheinlich du. Das... ...sieht... ...völlig normal aus, würd ich sagen. Also ich hab das beendet. Ich werd mal alles kaputt schießen, ob dann wieder irgendwas aufgeht. Spielzeit... ...6 Minuten. Geheimnisse 2 von 6. Ich werd ja die Scheiße durchlesen. Hm, nee. Ich liess mir doch den Müll nicht durch. Also da spawnt man und ich krieg mir hier direkt die... ...Homos. Warte. Guck mal nicht auf. Oh oh. Bisschen du. Warte, bisschen weiter. Weißt du, wir haben zwei Minuten Zeit alles erkunden. Schau mal hier raus. Nö. Warte. Kantenkletzung fehlt hier in dem Game. Warte. Warte. Weißt du, wie alt die Spiele sind? Wie? Was? Warte. 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 Wäre nicht so blöd. Ähm. Ja. Da kann man doch sicher nicht hoch da hin, oder? Da ist doch ne Tür. Ich lass das weg wieder. Ja klar. Gäse, du schümmst mich irgendwie runter. Halter! Ich bin da oben. Das geht aber wohl nicht als Secret. Hier ist ne sicke Armor und sonst... Hoh! Oh, da kommt ein fliegendes Auge. Kommen wir da wieder hoch? Die Frage ist, wo müssen wir hin? Erst gehen wir da runter. Ja, da sind wir in dem Raum nebendran. Boah. Hör mal, gut gemacht. Oh, da war eine Armour drin. Warte, das können wir runterschicken. Bam. Der Schels. Boah, ein Bonus-Helf. Genau, ein Bonus-Helf. Oh, toll. Ah, da hätten wir hier hochspringen können. No. Ey, du hast n'n geheimen Ort gefunden. Secret Slaces gefound jetzt dadurch. Ach, wir hätten da drüber springen müssen oder was? Ja, und dann hab ich Secret dadurch gefunden. Wir haben doch den viel coolen Weg genommen. Nein, wenn's den nicht geplanten Weg. Ich höre über uns. Oh, da kommt ein Pferdchen. Warte, du bist tot. Das ist zu seinen Freunden gegangen. Hast du noch n'n geheimen Ort gefunden? Daumen. Nein, fuck. Da, 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 da. 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 Da, da. Da, da. Über das Ding. Ich schätze mal, es gibt n'n einfacherer Weg, aber das ist möglich. Ah, nein, fuck. Ah, okay, so, ich hab'n einfacherer Weg. Der sollte halt. Ich hab'n Secret. Ne, du hast'n Secret. Ich hab'n Secret gefunden. Aber ich, guck mal, ich kann hier drüber gehen. Einfacher wie du. Ja, guck mal, schreit da noch jemand. Oh, ich hab' den cooleren Weg genommen. Eindeutig. Gibt's hier falsche Ahnen? Ey, was ist denn da hinten, das? Hey, hier ist noch was. Hier, hier, guck mal her. Oh, ich seh' dich nicht mehr. Hier oben, hier oben. Ja, da, da war ich schon, da bin ich hochgegangen. Ach, hier rennen? Ja. Ah, das machen wir nicht. Okay. Warte, 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 warte. Alles easy, ganz. Machst du hier oben? Du bist n'n durch. Machst du hier schon? Ja, ja, hier oben war ich schon. Ach, ne, da oben war ich nicht. Das hatte ich ja scheiße jetzt, ne? Nein, ich fühl'n Sie, Sam. Willst mitspielen? Habe ich nicht. Oh. Okay. Oh. Okay, ich verstehe. Epa. Oh, easy, man. Easy. Just do it. Oh, genau, es ist noch so einer. Ja, da bin ich. Da bin ich. Ich komm' ich auch hoch. Da bin ich. Oh, heim. Hallöchen. Was willst du denn, die Minigun? Ja, da, 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 komm her. Dem Raketenwerfer. Ist das die Minigun? Ah, der Raketenwerfer. Der will der ist. Wie komm' ich da hoch? Wie komm' ich da hin? Ähm, von hier gar nicht. Das war dumm. Doch, da müssen wir ein. Eindeutig. Eindeutig kommt da dorthin. Fuck. Ich wollte Bunny hoppen. Bunny hoppen, Gettin' im Spiel schon mal her? Hast du gesehen? Fuck, was? Äh, Humblebumble hat ein, äh, 3DS-Zahl jetzt. Was? Fuck! Ich weiß nicht, ob ich das mal gemacht habe. Ob ich da schon mal hingekommen bin? Ich, ich hab's geschafft. Ich hab dich in den Teleporter reingeschubst! Hahaha. Wie? Wie? Wie hab ich dich? Ich hab dich... Wat? Ah, ich darf. Ich hab dich in den Teleporter reingeschubst! Hahaha. Oh my God. Oh, so viel Lass. Also ich glaub, meine Waffe hat hier Null Verzug, ne? Verzug gibt's in den Trailer. Über uns. Überall. Hinter uns. Vor uns. Über uns. Wow, die können springen. Ich hab' da. Ich höre, was Busch ist. Ah, das ist der Kampion, das bin ich gegangen! Ah, fuck. Das war nicht mehr. Ich träg die ganze Zeit R4 Reload. Echt, das hatte ich anfangs auch... Das geht. Bei der Pistole geht das. Oder beim Cold. Wow, wow, wow! Kommt nur her. Oh, das ist nur zwei. Da oben ist ein... ein super Leben. Na, da können wir da auch rüber, ja? Ne. Oh nein, oh nein! Ich glaub, wir müssen einfach rumlaufen. Vielleicht hier oben? Ja? Ich glaube... Ah, du musst einfach nur hochlaufen. Das ist nix besonderes. Okay. Oh, ich seh's nicht mehr. Wo ist denn der Sinn? Ich seh's nicht mehr. Hä? Wo war'n das? Hier, ich bin über dir. Warte. Zeig das. Ich will immer noch nachladen. Alles, was ich kümmer 50. Was bist denn, du? Hey, hier. Links in dem hier. Aber... Ich seh das jetzt irgendwie nicht mehr. Ich glaub, das ist voll. Das ist ganz schön dunkel hier, ne? Ja, das geht. Ich hab' gedacht, hier oben wäre noch was anderes. Springen wir da hoch, genau. Na, da ist nix. Schade. Dass du hier immer die geheime Räume findest. Einfach so, ey. Ja. Ja, besser wie du. Oh fuck, ich bin wieder runtergefangen. Irgendwann gedacht, da die ganze Zeit... Das bin ich grad gewesen. Achso. Was? Was war der denn? Sieht sehr verdächtig aus, aber... Ist nix. Wo bist denn du, Arena? Schießt du irgendein Weg ab? Was schießen du? So'n Kolb? Achso. Da oben ist das Amor. Super Amor. Alter, kann denn auch mal sterben? Oh, das ist doch ne Serious Amor. Sogar. Da müssen wir da über den Geheimgang. Irgendjemand schießt hier. Hä? Und wo schießt denn der? Da oben! Hier ist noch so ne Amor. Wow, 100. Und die Serious Amor gibt's dann wohl 200. Der ist mit Sicherheit ein Geheimergang, oder? Ich bin sehr sicher, aber da müssen sie da vorne sind, oder? Komm, Käse, lauf mal gegen die Wand. Hier rein, genau. Da! Ich wusste. Ich hab's genau gewusst. Oh, Raketenmunition. MG Munition. Oh, es ist ja... ja da auf Ehem... Jäge, deinア Arbeit dieser Kur Fly 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 On Also, ich wär gegen die Segbahn 45 Falliv E level Wo ich gleich sjung? bei den Mis Saiy complained